in jeder hand eine dann bekommst du da ein neues was in jeder hand eins dann bekommst du ein neues moveset wie meinst du in jeder hand eins wie meinst du das zwei gleiche waffentypen also du meinst wenn ich jetzt quasi das schwert mit dem schwert ach warte falsch 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 das schwert machen wir mal raus machen das schwert das schwert hier so hin du meinst quasi so sind ja zwei gleiche waffentypen zum beispiel linke hand hammer rechte hand hammer ja voll ja gut aber ich weiß nicht was das eigentlich für ein skill hier nee das gefällt mir nicht so ich suche eine coole waffe die mit in skaliert wie zum beispiel der wie zum beispiel die axt ist ja weisheit skaliert mit weisheit d oder oder täusche ich mich da jetzt dafür brauche ich 18 stärke aber ich kann es leider nicht entscheiden da habe ich letztens was gefunden vielleicht noch andere sachen die mit weisheit skalieren wir haben eine peitsche die axt skaliert halt mit weisheit aber ich kann sie leider nicht entschaden wie viel stärke habe ich weißt du noch wo du das her hast ja das hat ein boss gedroppt junus du weißt es doch noch gestern habe ich das doch gedroppt bekommen faster müsste es normalerweise wissen ich habe es jetzt gerade nicht im kopf warte stärke ich bin ziemlich weit unten was stärke angeht glaube geschick habe ich zwölf soll ich mir vielleicht eine waffe holen die mit geschick und weisheit skaliert ich weiß auch dass es ein boss war aber nicht welcher ja ich leider auch nicht mehr das wollte ich nicht ich würde hier mein stabi da rein naja das hier weg und dafür wieder mein schild rein gut das taus wieder was denn mensch meyer dieses kristall schwert fragt christian wo wir das her hatten dieses dicke das zweihänder ich weiß dass es noch von dem boss ist aber ich weiß nicht mehr von welchem post das war ja voll gibt den namen mal in google ein warte das schwert heißt großschwert der verpflanzung das die von dem verwachsenen jahr voll voll das ist wenn du bei der burg oben den zweiten bus machst glaube ich hier der wo sich die hand abschneidet kann das sein unterm kampf seine zweite phase da haut er sich doch die hand so weg und dann nimmt er den drachen kopf und ja egal ich will nicht weiter spoilern falls sie noch nicht getötet hast es war vielleicht ein bisschen gut grad von mir sorry hä den habe ich gott rick oder ja kann sein dass es gott rick war ich habe gehört und das habe ich heute schon mal gesagt hier unten soll ein kleiner boss sein der uns eine waffenfertigkeit gibt also ein waffentrick den wir auf eine waffe packen können und dann fängt die waffe an mit mit weisheit zu skalieren aber ich habe keine ahnung wie ich darunter kommen ich habe heute schon ziemlich lang gesucht ich würde übelst gerne runter schauen wegen dem boss aber ich weiß halt einfach null wie man da hinkommen soll ich абсолютно rien ich habe Sounds ich kann stecken ich kann stecken Ja, hier war schon mal. Ja, hier war schon mal. Ja, dein Kuppel hatte richtig Bock auf dich. Ach, das sind ja noch welche. Die habe ich nicht gesehen. Ach, das sind die Dinger. Die einem verfolgen. What? Okay. Okay, die Bomben habe ich ganz vergessen. Ah, da gibt es ein Ding, wo wir es bomben können. Eine Statue. Angenehm. Okay. Auf ein neues. Nee, du wirst nicht so ein Scheiß. Ah, er ist auch gestorben. Angenehm. Er hat eine Armbrust zum Start. Na, verdammt. Folcher Zauberspruch. Na, komm mal runter. Danke. So, und du auch noch, bitte. Danke. Er hat die Granaten. Dann so. Und du auch noch, bitte. Hier hinten ist ein Item. Ach, hier waren wir ja schon mal, ne? Da oben ist das Siegel. Können wir das Siegel mittlerweile öffnen? Nein, können wir nicht. Hätte mich tatsächlich auch gewundert. Okay, ich glaube, wir müssen das Siegel öffnen. Todesstadt der Akademie. Ich würde gerne die Map von dem Gebiet hier finden. Jo, Phil, kleinen Tipp. Ja, hau raus. Ja. 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 Okay, das Ding kann gefährlich sein. Ich habe schon gegen eins von den Dingern gekämpft. Ich hasse diese Granaten. Aua. Ich soll mich kurz in Deckung bringen. Uah, knapp. Ich soll zuerst die kleinen Viecher umbringen. Die gehen nämlich gehörig auf den Sack. Oh, come on. Geh doch drauf. Danke. Wenn du die Map aufmachst und nach kleinen Obeliskenartigen Markierungen suchst, dort findest du Mapteile. Alter, was ist denn das? Ja, das sind so komische, hässliche, komische Köpfe, die Feuer spucken. Wie meinst du, wenn ich auf der Map Obeliskartige Sachen suche? Ja. Ich meine, ich sehe hier in dem Gebiet nix. Da ist ja nix Obeliskartiges. Da ist ja alles hässlich. Warte, hier das Ding, oder? Meinst du so'n Ding? Meinst du das Ding hier? Dann lass doch mal hin. Hä, aber wie konnte ich das Ding übersehen? Ist es das? Nee. Wo ist denn das? Auf der Kirche, oder was? Ah, lol, vor meiner Fresse. Hi. Danke. Ah, schau mal. Schon viel schöner. Lol, okay, das ist ein riesen Komplex da vorne. Und dann geht hier so'ne riesenlange Brücke hoch. Ja, das würde der Farb teleportieren. Ich will das Gebiet weiter erkunden. Ist zwar doof, dass sie jetzt nachgespawnt sind, aber ist ja ruhig. Die waren jetzt nicht so schwer. Und ich meine, wir können sie auch einfach umgehen. Ich meine, wir haben ja bewiesen, dass wir sie töten können. Ich meine, wir können sie töten können. Gut, dann lass uns das Gebiet hier mal ausführlich untersuchen. Ich bin mir sicher, dass hier noch irgendjemand was Cooles ist. Ich meine, schau dir das an. Das ist nur der Vorort von dieser Akademie. Vielleicht finden wir hier auch den Schlüssel. Ich meine, wer weiß. Da vorne waren wir nicht. Hey, da hat uns ja jemand gesehen. Na du? Komm, laufe meine Klinge. Schwächling. Ach, da ist wieder der Wagen. Okay, wir kämpfen doch wieder gegen den Wagen. Hey, Kollege, bin mal weg. Gut, luck, have fun. Jo, danke fürs Reinschauen. Und viel Spaß bei was auch immer. Und viel Spaß bei was auch immer. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020